Hi, ich bin's, die Sabi und ich bin gerade noch in Laax beim Skifahren und nutze hier gerade noch die letzten perfekten Tage aus. Letzte Woche hatten wir erst die deutschen Meisterschaften und ich bin super super happy, dass ich Slope Salon Halfpipe gewinnen konnte und die deutsche Meisterschaft für mich entscheiden konnte. Es ist verrückt darüber nachzudenken, dass ich vor einem Jahr noch in der Schönklinik in Berchtesgaden war, auf Reha nach einem Kreuzbandriss und eigentlich noch kaum laufen konnte und mich da genau vor einem Jahr noch total zurückkämpfen musste und jetzt bin ich endlich zurück und kann schmerzfrei wieder Skifahren, kann so Skifahren wie ich will und ich bin super happy und ein riesengroßes Dankeschön an die schönen Kliniken in Berchtesgaden für diese Hilfe.